Hey, Internet und YouTube, Happy Wheels. Der Profi ist zurück, direkt von Hawaii, zurückgeflogen. Vom Bootcamp, vom Hawaii-Bub-Bub-Bub-Camp. Das habe ich nicht gesagt. Habe ich gesagt, Boobcamp? Jesus Christ. Okay, Miss Candy, Baby. Oh ja, Cola und Chips gleichzeitig. Genau so mag ich dich. Oh, bist halt ein kleines Luh. Um was geht es denn hier jetzt? Ich kann mir nicht mal... Wartet, Z war das, oder? In die falsche Richtung, meine Gute. Ui! Ich halte mich an gar nichts fest. Nicht mal an meiner Liebe. Wo ist denn hier der Rope? Ich bin blind. Sorry. Vielleicht geht das mit ihr einfach nicht so gut. Alles geht mit ihr. Believe! Ich brauche noch mehr Swing! Swung! Mit ihr. Moment. Swing! Swing! Okay, das war zu weit. Ich brauche den... Okay. Ich schaffe das mit ihr. Okay, das war zu weit. I see it. Nein! Das hätte vielleicht sogar von uns... Nein, ich glaube nicht. Wo war denn der Rope? Wo hatte ich mich denn vorhin... festgehalten? Bin ich... Blöd? Das war eine rhetorische Frage. Ich möchte keine Antwort darauf. Okay. Ich brauche ein bisschen Schwung, Madame. So kriege ich... Ich kriege keinen Schwung hier. Ich kriege... So kriege ich keinen Schwung. Ich probiere es noch einmal. Oh Gott! Die arme Frau! Wartet mal kurz. Wie soll das mit ihr funktionieren? Okay. Ich wusste gar nicht, dass... Sie lässt gar nicht los, oder? Doch! Sie ist es! Es ist die Mami! Easy! Mutti! Da ist er! Ich dachte schon, die wäre verwachsen mit ihrem Fahrrad. Ich war nicht bereit. Try to stop! Nur wenn der Mauszeiger hier oben ist, dann gehe ich hier rauf. Ach so! Stop! Try to stop! Steht ja hier! Das glaube ich, geht nicht mit ihm. What the mother? Wie soll ich stoppen? Wirst du mir... Wirst du mir sagen, dass das funktioniert? Was ist... Warte mal, Moment. Ich spring drüber. Yes! Ich bin drüber! Ja, nicht ganz. Ich weiß, drüber sollte ich... Eigentlich nicht, aber... Ich will es jetzt trotzdem probieren. Einfach aus Prinzip, wisst ihr? Einfach aus Prinzip. Yes! War auch sinnlos, aber yes! Ah, ich habe keine Ahnung. Wieso das... Wieso ich bremsen? Madame. Sie. Sie kann nicht so viel beschleunigen. Ah, ich meine... Jetzt ohne... Ja! Mein Einkaufswagen hat mich gerettet. Der Einkaufswagen. Einkaufswegen schützen. Ich habe nicht aufgepasst. Habe ich gewonnen? Das ist echt nicht. Ich habe mich nicht mal hingesehen. Ich habe mal anders hingesehen. Ich will dich mitnehmen. Bam! Auf und drauf. Ja, ja, ja. Komm mit. Was auch immer für möglich ist. Perfect. Ich gewinne hier schon alles. Das kommt nur von meinem Bubcamp. Okay. First try. First try, Babys. Seht euch das an. Wie absolut bescheiden. First try. Ja, gut. Second. Ja, gut. Second. Second try ist so gut wie... Das kommt aufs... Das kommt aufs... Mathematisch gesehen, wisst ihr? Kommt das aufs Gleiche raus. Es dauert jetzt ein bisschen, das zu erklären, warum. Aber Mathematik ist halt auch nicht so einfach. Okay? Versteht ihr, was ich damit sagen will? Versteht ihr das? Ich habe gewonnen. Chantal? Ich weiß nicht, warum ich gewonnen habe, aber... Chantal. Okay, first try. Was ist denn... Oh Gott, ich sollte jeden Tag in ein Bubcamp gehen? Jeden Tag? Ich meine, ich würde das durchziehen. Jeden Tag in Bubcamps. Da muss man durch. Einer muss es machen. Und ich erkläre mich... Bereit! Oh shit. Das sah eigentlich ganz gut aus. Bis zu dem Moment, wo ich tot war. Bis zu dem Moment, wo ich... Oh shit. Bis zu dem Moment, wo ich tot war, sah das gut aus. Hier brauchen wir... Anlauf... Dafür! Was hast du dir gebrochen? Wieso? Wo ist denn das Ziel? Moment, ich komme da hin. Ich komme da hin. Wenn es das Letzte ist... Es wird das Letzte sein, was ich tue. Ja, das ist gut. Das ist weniger. Das ist gut. Hervorragend! Mein Gott! Bubcamps ohne Ende! Was ist das? Super damn ninja nice impossible beast. Oh, da hinten ist Gott. Oh, schon wieder Gott? Easy! Da steht gar nichts. Dort, wo ich hinschieße, steht gar nichts. Das zählt eigentlich. Klänge ich gerade wie ein Hund? Diese Geräusche mache ich ständig im Bubcamp. Ihr seid so hier. Wirklich. Alien! Das ist fast... Zählt das als Gott? Ich denke schon. Das Problem ist, ich muss hier auf Gott kommen. Jetzt habe ich hier letztens so einen Aufstand... Ja, das zählt! YouTube zählt das? Kommt schon, das zählt, oder? Exakt. Ich würde auch behaupten, dass das zählt. Gott sei Dank sind wir uns zu einer Meinung. Das zählt. Ach, komm. Kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Ich sage, das zählt. Wieder zurück. Oh Gott, das war doppelt zählt, das. Das zählt wie Gott, okay? Ich habe es direkt zu mir zurück. Okay. Oh, shit. Ja, das war doppelt. Das wollte ich genau wieder dorthin. War auch nicht schlecht. Biest! Wir sind überall... Ja, wir waren überall noch nicht... Ja, doch, waren wir. Kommt schon. Im Prinzip schon. Im Prinzip zählt das. Okay, letzter Versuch. Ich sage einfach, das zählt. Ich habe Gott berührt. Ich habe Gott berührt. Mitten ins Gesicht wieder zurück. Dankeschön. Auch beim Boobcamp habe ich manchmal das Gefühl, ich berühre Gott. Okay. Exit Main Menu. Impossible. 37 Prozent. Da hat wieder jemand ganz genau gerechnet, oder? Ich glaube, er hat sich verkalkuliert mit der Rechnung. Oh, shit. Wartet. Boom! Boom! Nicht sicher, warum das ein Sieg war. Aber... Aber... Ich nehme es. Okay, das geht... Nicht gut aus. Ah, wieso? Ich hatte keine Chance. Mit der Taste. Oh, komm, das zählt. Ich ging über die Bottles drüber. Komm schon. Nicht zurück. Ja, das sieht gut aus. Oh, God. Und wieder ein Sieg. Meine Damen und Herren, das Boobcamp. Ein Quantum in Hawaii. Boobcamp. Wir erweitern das auf Boobcamps. Nur Siege. Nur permanent. Mit Gott-Status. Was soll ich tun? Was soll ich noch tun? Standing Ovations auf YouTube. Ruft dir jemand gerade an? Ist das YouTube direkt? Happy Wheels Weltmeisterschaften. 2017. In Hawaii. Ich bin dabei. Ja, ich kann auch reimen. Ohne zu schleimen. Soll ich es lassen? Ja, auf lassen reimt sich. Verblassen. So wie deine Mama. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Danke schön für euren Support. Und wir sehen uns beim nächsten Boobcamp. Anmeldungen funktionieren mit einem Like. Für die Damen, die gibt's das Gegenteil. Zählt auch ein Like. Da gibt's ein... Macht's gut. Tschüss.